Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Wie sieht Boris Beckers, 55, Zukunft aus? Gerade erst wurde die Tennislegende aus dem britischen Gefängnis entlassen, in der sie wegen Insolvenzverschleppung seit vergangenem Mai eingesessen hatte. Während der gesamten Haftzeit hat ihn seine Freundin Lilian de Cavallo-Montairo bestmöglich unterstützt, wie Boris im ersten TV-Interview in Freiheit immer wieder betonte. Und offenbar ist er sich mit seiner Liebsten ganz sicher, Boris plant nun Kinder mit Lilian. Im Sat.1-Spezial. Boris Becker fragte ihn Steven Gätzchen, 50, wo er sich in Zukunft sieht und darauf hatte Boris eine ganz klare Antwort. Umringt von meinen Kindern. Ich hoffe, es kommen noch weitere dazu, erklärte Boris. Er sei einfach ein Familie. Er sei einfach ein Familie und seine Freunde und Familie. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.